hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holilol dem gebrochenen holilol dem abgestürzten holilol im tu-vi-tu rang ja ich grüße euch alle ich grüße auch den ralf und den tombstone wie geht's euch hallo lieber holi ja sehr gut also was heißt sehr gut also es geht uns ja außerhalb von rocket league würde ich sagen die ist uns gut ja in rocket in rocket league er bescheiden ja dass das kann ich so kann ich so unterschreiben außerhalb des spiels geht mit tatsächlich auch gut ja aber das was ich gestern nicht gesagt habe ist oder nicht gefragt habe an unsere zuschauer und unsere zuschauerinnen und zuschauer entschuldigung wollte ich mal fragen ob es den ab oder nicht das hast du ja schon gemacht ob es den genauso geht im moment ob die ausseiten die genau hatte ich hatte ich hatte ich gemacht ja das hatten wir eigentlich aber die frage kann man ruhig täglich stellen weil rocket league einfach täglich auch gerade stressig ist ja also im moment ist es wirklich das hatte man so auch noch nie glaube ich also kann ich mich nicht daran erinnern sei seitdem ich im märz 2020 mit dem spiel angefangen habe ich habe noch nie so was miterlebt klar hat man immer mal so ups and downs man kennt das aber sowas wo man letzte season noch champion war und dann so ein fehlstart zu haben dass man sogar in die mittel also bis in die bereich zurück fällt wie du jetzt beispielsweise in die a1 also das ist sowas habe ich noch nie erlebt ich hänge bald im platin fest und dann habe ich aber dann habe ich am laufen dann habe ich aber dann brauche ich eine pause glaube ich wir wollen es nicht hoffen leute ja aber wie gesagt du darfst sich davon jetzt aber auch nicht blenden lassen wie gesagt das matchmaking und aktuell was abgeht das ist ja vollkommen kaputt wenn man jetzt auch spieler treffen würde die dem die der lobby entsprechen glaubt man das würde ganz anders aussehen ja ich sage ich bin ich bin auch nicht so dass ich bin nach dem spiel rege ich mich oder während der spiel träge ich mich mal nach dem spiel bin ich ganz schnell wieder unten und wisst ihr was mich runter bringt euer daumen nach oben euer abo euer kommentar alles bringt mich nach unten und beruhigt mich wieder ich würde mich freuen wenn ihr das auch weiterhin so macht und ja wir legen direkt los aber natürlich im item shop mein creator code hollison eingeben weil sie euch da was kauft unterstützt ihr mich ein bisschen dass das bringt mich auch runter du musst doch bist du ready ich bin ready okay dann knüppeln wir hier direkt raus wir sind jetzt auf dem weg nach oben das letzte spiel wurde gewonnen wir machen jetzt einfach weiter so ist das in ordnung natürlich natürlich ich habe ich habe ja auch meine ansprüche sehr gut dann sind wir uns einig ich freue mich ich habe die die engels schwingen hier die drachen schwingen in titanweiß auf dem dach jetzt bin ich in der luft unschlagbar der macht ihr schon wieder speed kick auf ich sehe den job kommt und ich ganz schlecht ab macht natürlich jeder der kurz und gott war wieder da nicht noch block irgendwie aber wieder da hätte ich brauche ich habe den ball erstmal nach vorne jetzt ich habe zu spät reagiert entschuldigung natürlich wie nicht ach und der soll ich in den bus rein ja 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 alles klar okay mach ich mich weg hast du das gesehen hast du ja das passiert doch nicht in diamond 1 part in drei oder so guck dir das da mal an das ist doch mit absicht geht das macht doch keiner da aber das war aber auch ich sag mal so die situation an glücklich war das gut gemacht richtig gelegenheit gehabt hätte die wahrscheinlich genauso gemacht aber dass ich mich aber auch frage schön mitgenommen in der mitte wollte ich gerade aber ich weiß auch nicht der octane ist irgendwie so ein auto der sich noch mal graziös vorher noch mal an die ort also sich an den ball noch mal so schmiegsam noch mal an den ball vorbeidreht da bin ich nicht mehr ich wollte gucken gerade noch muss aber ist ja nichts mehr da gut ich wollte ich weiter nach links spielen damit du ihn schon mitnehmen kannst und dann wer will ich den ball nicht vernünftig ach leute alles gut habe ich nicht leider ach komm schon kann man was mache ich denn wieso pass ich denn den scheiß ball zu dem die rage woche der ist kann nicht wahr sein ein problem ja kein problem da habe ich ja auch gelesen auch vergesst das auszustellen ein problem schreibt er ja ich habe auch kein problem gleich tun ich spiele aber dieses season aber auch nicht gut muss ich ganz ehrlich sagen ich bin besseres von mir gewohnt ja ich mache auch wie zu viele einfache fehler das ganz klar stellung spiel ist ganz ganz schlecht weiß ich müsst ihr nicht in die kommentare schreiben das war jetzt auch wieder ein bisschen blöd weil keiner mit ist der ball annehmen kann ja weiß ich aber irgendwie hat mein kopf mir gesagt kommt war dahin ich versuche ich habe die nicht gehört zu früh alles gut ich bin ganz zurück jetzt mal gefahren bevor die uns hier wieder überspielen da habe ich von mittel bus weg gebannt habe ich ja ach shit ground pinch war viel zu spät habe ich sehr schön aber bräunig hingehen der hat schon gewartet auf dem ball sehr schön ich wollte ihn einfach nur ausspielen blockt von mir hat er nicht ihn habe ich zerstört hast du dir noch mal ganz komisch abgeflogen er springe ich denn dahin bitte ich habe kein boost und 13 boost der block hätte ich fast noch ein damal gemacht ich ziehe mich zurück und hörne wieder kommt 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 der feld jawohl ich mache jetzt kommt die aufholjagd tombstone also konzentriert bleiben jetzt ich bin ja ich bin angespannt wie so ein flitzebogen du muss man jetzt ein bisschen ablegen das müssen wir jetzt clever spielen weil dann ist es noch möglich ja kommt absolut der kommt nicht zu mir kommt deiner du kannst ja jetzt baby da müssen wir spielen so müssen wir aber er war ja richtig stark von dir perfekt da gestanden wo du hingehörst man so ist es so kommen jetzt haben wir jetzt haben wir sagen sagt ja der geht nicht nach rechts und steht auch das nach links gefahren bist oder aber weg bist du noch weit weg ja du kannst ruhig okay ach schade also ich war oben aber der hat ihn leider geblockt leider und ich hatte keinen boost mehr leider ich wurde gewandt kannst du noch mal dran ja ich kann noch mal auf unser tor das wäre jetzt ein highlight geworden noch immer der spielte nicht und ich krieg dir nicht gerade ach ja den einnahmen zerstört reicht aber nicht mehr leider nicht hat er dann noch aber es hat ja noch geklappt zum 2 zu 3 also ja 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 wieso sind wir beide wieso waren die denn beide tier 3 liegt vielleicht an meinen rang hier vielleicht ich bin ja hier noch android ja dass das 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 weiß ich nicht ja wahrscheinlich weil du bist ja auf dem rang noch champion das kann sehr gut sein nein ich glaube da müsste ich auch die a3 sein wie gesagt ich bin ja auch da also jeder rang spieler was auch was auch ein richtig kann ich erzähle dir etwas ich habe mit dem tor schon die ersten beiden tagen gespielt wenn ihr euch die augt da waren dieselben gegner die haben ähnliche spieler macht wenn ich teilweise sogar besser und die waren teilweise sogar noch besser und da waren wir beide die ja eins also dass ich meine dass die jetzt die a3 waren ok gut und schön also die sind jetzt hundertprozentig die ja weil die nämlich beides diesen elf der turniersieger sind ja aber gucken wir mal eigentlich kann ich mich ja auch mit mit die a3 spielern messen das ist ja gar nicht das ding im prinzip das kommt nur darauf an was was es für die a3 spieler sind ob das schon welche sind die mit ihren zweiter kommt oder so unterwegs sind und ja ja drei sind das ist noch leck mich hatte kein boost mehr da wurde ich auch weg gebannt gerade leute schön mitgenommen kriegst du denn da kommt dann nicht ganz gut ja aber ich habe nicht die höhe gehabt dies brauchte ich dann schon zu weit vorne und reine mit der nübel da hinein ich habe aber auch ein bisschen pech im moment auch viel muss ich ja tatsächlich auch dazu sagen also ja das ist eine kopf sache ja dass das ist richtig das sehe ich genauso und wenn das einfach im moment wenn man dann so gebrochen ist aktuell ja ja gut dann kann man das schon nachvollziehen dann trifft man die bälle nicht wie man so treffen will aber den triffst du ja traurig aber den passen musste ich doch verwandeln ein wunderschöner pass vom tumbi wo ich glaube traurig gewesen wenn du den nicht verwandelt hat nein da bin ich doch guckst dir an sehr schön wie sie sage ich dazu wie sie so kann man warten leider zu viele aber bei den outplay den ball noch das unfassbar ein konnte ich nur weg haben auf jeden fall den torwart habe ich zerstört ich wollte eigentlich eine mittel spiel nicht aufs tor das mache ich damit dass ich den ball nicht hätte von allein nicht warum gehe ich denn dahin ja warum gehe ich dahin aber mein fehler normalerweise wenn ich den ball da übers tor spiele sofort zurück wir den ball überlassen ich habe gedacht ich könnte noch hinkommen ja dieses verdammte tor nicht das ist so groß und ich treffe es einfach nicht da ich habe froh sein dass der noch reingegangen ist dass der post noch mit geholfen hat ja das hast du perfekt perfektioniert den schuss ja klar bleibt liegen bleibt liegen bleibt liegen schön abgewehrt habe ich leider ja ja den hat er schön nach oben gehalten oben links in den winkel wie ich es mag ja ich weiß jetzt nicht ob ich da irgendwas zweideutiges ziehen kann aber in nein bitte nicht nein ich wüsste jetzt nicht wie nein du sagen freundlicher mensch hat mich zerstört er ziemlich zurück wo spawnst du warte ich bin da ich habe den sprung so ein bisschen wieder versaut hier genau also nein das war lucky tor das war so lucky weil das hat mich da noch zerstört und da wollte ich auf den ball gehen und treffe den gegner nur noch also sinnlos dahin zu gehen wie sagt der fenix immer so schön ruhe bewahren und das habe ich nicht getan und den kick auf habe ich auch verkackt dafür den kick auf ganz ja nichts für wenn er deine mitte stehen bleibt und bin ich falsch gefahren möchte irgendwo in der mitte bleiben müssen ja aber du siehst ich sage ja meine gegner rechts und das versuche ich ja auch immer ja und den schuss habe ich jetzt vertragte daten die er glück drauf und verliere jeden 50 das ist einfach ja danke ja wie sie ihn dir vorlegen wunderbarer passen das nämlich doch dankend an ja das kriege ich auch hin dass das kann ich auch dass das kann ich auch also dem gegner den ball so vorlegen weißt du da bin ich profi der kommt auch nicht so schnell ja die natürlich gut ja aber ich muss warten was er macht ja ich muss tatsächlich mir die tipps vom phoenix mehr zu herzen nehmen dieses ruhig spiel ab war ja bin viel zu überdreht ja aber da bist du nicht der einzige nein oh gott was habe ich denn da gemacht ich habe doch zeit ich kann doch den ball annehmen ja genau ich habe ich bei dem 50 dass der ball dann in unsere richtung wieder geht das ist doch ich sage ja also ich verliere aktuell jeden 50 ich kann machen was ich will ich kann auch jedes auto nehmen was ich will ob jetzt fertig und dann kommt das haben wir so so kennen wir und lieben wir unseren thompson in die kommentare den habe ich schlecht pariert aber was ich aktuell wieder nicht liebe das ist mein pink und wieder so ein shipping das kann wieder ein bisschen nach oben gegangen so jetzt pass auf wir machen jetzt nur noch defensive wenn du kannst knüppeln nach vorne habe ich habe beide abgelenkt hier ich kommt darum ja lassen wollen da ist aber da ist ja der sieg 65 was ein spiel was ein irres spiel ich bin wieder aufgestiegen natürlich 844 punkte da mit 1 auf course da war mir schon klar dass da wieder irgendwas nicht stimmen kann auf course also ganz klare sache also immer alle alle immer neu der koas kreis immer grüß hier an den phoenix gut wir sehen uns im nächsten spiel wieder leute morgen ist ist morgen freitag ja dann gegebenenfalls also es müsste eigentlich morgen drei was ist drei tungsten torsch und ich wir versuchen uns im drei was ist drei morgen auch rein okay dann bis morgen und schönen donnerstagabend durch noch 3